Herzlich Willkommen beim Wahrheitskongress. Schön, dass du wieder mit dabei bist und die Wahrheit herausführen willst. Ich habe heute ein wieder relativ spontanes Interview mit einem ganz spannenden Menschen, auch wieder ein sehr besonderer Mensch, der heute da ist. Er ist Gesundheits- und Präventionsberater und ehrenamtlicher Assistent von Next Scientists for Future und dem Weltrat. Ich begrüße herzlich Don Dillern. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben. Hallo, schönen guten Tag. Ich hoffe, der Ton ist gut. Jo, das läuft. Und es hat er mir auch erzählt, leidenschaftlicher Musiker. Auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, Musik zu machen, zu hören, finde ich. Weil das auch, ich komme gerade spontan, ich habe mich ja viel schon mit Angst beschäftigt, Musik schaltet ja die Amygdala runter. Das heißt, diese Amygdala steht für das Angstzentrum. Das heißt, wenn wir Musik machen oder singen oder Musik hören, ist automatisch unser Angstzentrum runterreguliert. Das ist ja eine Information, die, glaube ich, vielleicht nicht jeder hat. Aber das kann man natürlich jetzt auch sehr gut nutzen, oder? Ja, die Amygdala, so haben wir es in der Psychologie ausgesprochen. Ob das welche Aussprache nun stimmt, weiß ich nicht. Amygdala ist halt das, was sozusagen überall in der Angstuntersuchung immer genannt wird. Und Musik und Singen führt auf jeden Fall zu irgendwelchen Glückshormonausschüttungen, sozusagen. Man ist nie besser gelaunt nach dem täglichen Konzert, sozusagen, ist man immer am besten gelaunt. Und ja, dass das natürlich auch den Angstlevel reduziert, jede Form der Endorphine sicherlich auch den Angstlevel reduziert, ist ganz normal. Deswegen, ich bin auch der Meinung, dass in unserer Evolution das abendliche Singen oder spätnachmittagliche abendliche Singen und tanzt und musizierfest einfach ein, auch quasi ein genetisches Programm bei uns ist. Und da sind wir schon bei dem Thema, dass wir viele unserer Glücksquellen ja in unserer Gesellschaft nicht mehr leben dürfen. Denn für uns ist ja so, dass wir konsumieren müssen. Also unser Wirtschaftssystem, unser weltweites Wirtschaftssystem hat ja eigentlich nur ein Ziel, den einsamen, unglücklichen, kaufsüchtigen Single. Und die Wegnahme des Musizierens, dass den Menschen eigentlich, vielen Menschen das Musizieren weggenommen wurde. Vor allem das Community-Musizieren. Also dass man in Gemeinschaft zusammen singt und tanzt. Einmal spielt man die Trommel, dann tanzt man wieder, dann flirtet man wieder, dann singt man wieder und jeder so einen kleinen Teil bei der Musik macht und immer wieder wechselt. Stattdessen sind wir Musiker geworden, die sich den Körper kaputt musizieren, beruflich, professionell. So dieses lebendige Miteinander, diese Glücksquelle, das ist eine von unzähligen vielen Glücksquellen, die uns geraubt ist. Deswegen stehe ich für das Community-Musizieren. Ja, und ich finde das unglaublich, was gerade draußen abgeht, dass gerade diese ganze Branche, die wird einfach so vernichtet. Das ist so, also keiner kriegt, kann mehr auftreten richtig. Also diese ganzen, diese ganze, das ist ja Wahnsinn, was da zerstört wird. Diese kulturelle Sache und das musizieren und auftreten. Also das ist ja gar nicht abzusehen, was da so alles noch nachkommt, oder? Ja, diese Live-Musik-Konzerte sind ja quasi noch ein wenigstens noch ein Rudiment, ein Überbleibsel sozusagen dieser natürlichen Szene, das Miteinander Community-Tanzen, Singen, Musizieren, Flirtens. Das ist ja immerhin noch die Live-Konzerte oder die Tanzveranstaltungen sind ja ein Rudiment, ein Überbleibsel, ein reduziertes Überbleibsel und immerhin ja auch eine wesentliche Glücksquelle. Und wenn sie Glücksquellen reduzieren, werden die Leute depressiver, sie kriegen mehr Selbstmorde, sie kriegen mehr Suchterscheinungen. Ich wette, dass wir auch im Moment, ich glaube auch viele Leute nehmen im Moment zu, ich habe gerade 17 Kilo abgenommen, weil ich eine neue Methode des Abnehmens entwickelt habe, die ähnlich funktioniert hat als Gesundheitsberater, warum das einen ja, wenn man in der Wissenschaft seit Jahrzehnten keine brauchbare Methode jemals gefunden hat, dann musste man sie selber entwickeln und ich habe sie jetzt selber entwickelt und sie funktioniert hervorragend. Es gibt ja viele Dinge, die leider nicht, da sind wir auch beim Thema, nicht dem Menschen dienen oder dem Gemeinwohl, sondern ich sage mal anderen Kräften, zum Beispiel der Pharma, der Industrie und so weiter. Und das ist ja im Moment gerade auch stark zu sehen, dass ganz viele Menschen sich Gedanken machen, so nach dem Motto, wir brauchen neue Lösungen, weil das, was wir jetzt haben, wollen wir nicht mehr. Auch politisch gesehen und so weiter. Sie haben es ja eben schon gesagt, wir brauchen eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Wir sind ja quasi die 52-jährige gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und es gibt jetzt die moderne Gemeinwohlökonomie eines Christian Felber aus Österreich und wir sind halt die ältere, ausgereiftere Version der Gemeinwohlökonomie und er hat diese moderne, der Name ist ganz hübsch, Gemeinwohlökonomie, auf den sind wir nicht gekommen, auf den ist er gekommen. Bei uns heißt es eher gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Und genau das ist das, was wir der Welt ja anbieten und was wir jetzt ja versuchen. Wir setzen ja im Moment alle unsere Arbeitskraft auf die neue, große, kommende Volkspartei. Wir haben ja im Moment vier Parteien, die sich neu konstelliert haben. Die Basis, wir sind mit allen vieren in Kontakt, aber am wenigsten mit den Föderalen. Die Föderalen, ja, dann gibt es wir 2020 in den beiden Ausprägungen EU am Ende und DE am Ende. Und aber beraten tun wir bis jetzt nur eine von den vier Parteien, ja, sozusagen, wo wir einen, ein Orga-Team dieser Partei, einen Doktor der Physik und seine Mitstreiter ganz intensiv beraten haben in acht Stunden Sendungen bisher, die man auch im Internet schauen kann. Und wir wollen, dass aus diesen, entweder kristallisiert sich aus diesen vier neuen Parteien eine einzige als der Gewinner heraus oder sie sind so klug, dass sie fusionieren. Das wäre natürlich die versöhnlichere Lösung. Und sie dann von unseren 56 Prozent, die unsere Professoren in einer simulierten Bundestagswahl erreicht hatten. Möglichst viel in dem Superwahljahr der nächsten acht Wahlen, die jetzt kommen. Sozusagen in der ersten Wahl sechs Prozent, in der zweiten 15 und mit 28 können wir schon den Kanzler stellen. Das wäre die Hälfte unseres Potenzials von 56 Prozent. Wenn diese Partei, wenn wir es schaffen, durch, dass die Basis der jeweiligen Partei unser Programm befürwortet, ja, dann, je mehr von unseren Konzepten da drin ist, desto mehr hat die Partei eine Chance, auf 56 Prozent zu kommen. Und dann hätten wir eine gemeinwohlorientierte Gesellschaftsordnung, wo, ich sag mal, den Kernsatz zum Schluss jetzt meines vor kleinen Vortrags jetzt, der Kernsatz lautet, seit 400.000 Jahren hofft die Menschheit darauf, dass die Wirtschaft und die anderen Menschen immer das Gute tun mögen. Und wir fordern es moralisch ein. Leute, werdet doch mal gut. Wirtschaft, werdet doch mal umweltbewusst. Werdet doch mal. Dieses moralische Einfordern bringt überhaupt nichts, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Wirtschaft dazu zwingen, über Leichen zu gehen. Und deswegen, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem das Gutes tun ganz gezielt belohnt wird, durch sogenannte positive Anreize aller Art. Und dazu müssen wir, um gleich alles zu sagen, auch die vorteilbringenden Irrtümer, die zum Beispiel die Industrien haben, wir haben ja im Moment zu tun mit dem vorteilbringenden Irrtum, und zwar dem vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum bei Corona. Damit werden wir ja gerade gebeutelt. Drosten glaubt wirklich, der sei 50 Mal gefährlicher, als er tatsächlich ist. Und diese vorteilbringenden Irrtümer müssen wir aussterben lassen durch positive Anreize. Also VIs aussterben lassen durch PAs. Das ist die Weltrettungsformel nach 52 Jahren von 23 Professoren, Doktoren und so weiter. Nachdenkens über, wie muss die neue Welt aussehen. Und das ist die Formel. Es ist ja, also viele Menschen, und ich habe auch oft und lange das Gefühl, jetzt immer mehr, dass, gerade wenn man so in die Politik guckt, dass man da noch was bewegen kann. Weil man hat irgendwie das, mittlerweile das Vertrauen verloren. Stehen Sie? Weil das ist so, ja, man hatte, vielleicht ist man früher auch nochmal wählen gegangen und jetzt macht man sich so Gedanken, irgendwie ist da niemand mehr, den man wählen kann. Und es braucht halt da auch neue Dinge. Und deswegen will ich dem auch so ein bisschen Gehör schenken und hoffe, dass die Menschen, es geht ja darum, dass die Menschen auch, ja, ich sag mal, selbst nachdenken und selbst überlegen, was können wir verändern und sich zusammentun, vernetzen und ja, gemeinschaftlich dann auch, ja, was Neues schaffen. Und wie ist denn so der, das Konzept, wie wollen Sie so diese, ja, Gemeinwohlordnung nach außen bringen? Was haben Sie da vor? Also, erst einmal ganz kurz muss ich Sie bestätigen. Jedes Politiksystem, wir haben also auf der Welt bis jetzt noch keine Demokratie noch nie gehabt, ja, wir wollen sie erstmals schaffen, ja, denn im Moment unser Politiksystem ist ein Selektionsfilter, der typischerweise kompetente Reformer wegfiltert. Ja, also übrig bleiben immer die, die am wenigsten Reformkompetenz haben. Das ist notwendig so, weil unser Politiksystem ohne, also einfach fehlerhaft ist und dadurch diesen Filter beinhaltet. Ja, Sie werden, Sie machen in Parteien nur Karriere, wenn Sie sehr, sehr viel Freundschaften bilden, Seilschaften bilden und dazu brauchen Sie nicht ein kompetenter Reformer zu sein, sondern Sie müssen nur wissen, wie man so mit dem Vitamin B und mit dem Freunde machen und Geschenke machen, vielleicht sogar manchmal nicht ganz legale Vorteilsversprechungen müssen Sie tätigen, um überhaupt nach oben zu kommen. Anders kommen Sie gar nicht nach oben. Und die kompetenten Reformer fallen da immer hinten raus, weil die natürlich mit ihren Reformen beschäftigt sind und nicht damit Allianzen zu schmieden, wie bei der nächsten Vorstandswahl, wer wie gewählt wird. Also von daher ist es so, dass Sie selbstverständlich im jetzigen Politiksystem niemanden finden können, der wählbar ist. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und deswegen muss es ja diese neue große Volkspartei geben und genau genommen bereiten wir diese ja seit 52 Jahren vor, weil wir das Programm dafür entwickelt haben. Nur dürfen wir selbst nicht Mitglied einer Partei werden, weil wir diese Unabhängigkeit garantieren müssen für die Wähler auch, dass es eine weltweite, unabhängige Instanz gibt, die nur für die Bürger da ist und nur für die Menschen da ist. Und die Grundidee ist, dass wir jetzt ja gerade beginnen nächste Woche mit einer Tour durch die Sender. Diese Tour durch die Sender soll genau das bringen. Weg vom Thema Corona, denn das ist ja nur ein Symptom eines kranken Systems, sondern hin zu dem, wie soll denn Deutschland morgen so aussehen, dass Schweinegrippe und Corona unmöglich werden vom System her. Und das geht so mit einem Satz gesagt, dass die Ärzteschaft in Zukunft, also auch Professor Drosten nur noch und Lauterbach und Wieler nur noch Belohnungen erhalten, also positive Anreize aller Art gesetzt werden, wenn die Bevölkerung immer gesünder wird und immer glücklicher und immer länger lebt und dabei auch noch ein Wirtschaftswunder entsteht, also die Volkswirtschaft auch nicht geschädigt wird. Stellen Sie sich jetzt mal die Daten vor, die die jetzt kriegen würden. Ja, Professor Drosten und Wieler und Lauterbach, die Daten würden sagen, Wirtschaft ruiniert. Also keine, keine positiven Belohnungen. Ja, sofort weg vom Amt, also sofort raus. Wirtschaft ruiniert als Folge ihrer, ihrer ärztlichen Leistung sozusagen. Die Gesundheit vieler Menschen angegriffen, depressive Menschen, viele Selbstmorde, viele Leute, die vielleicht mit Herzinfarkt und Schlaganfall zu Hause verstorben sind. Das würde alles jetzt Wieler, Drosten und Lauterbach in dem neuen System angerechnet werden. Und die wären so schnell weg, die könnten gar nicht so gucken, wie schnell die dann pleite wären und keinen Erfolg mehr hätten, während andere Ärzte genau belohnt würden. Ja, es würde gar nicht so weit kommen, denke ich mal, denn es würde sozusagen frühzeitig schon die Wahrheit im Prinzip, wenn man so will. Ja, die Wahrheit, genau. Wahrheit erzählt, beziehungsweise die Fakten oder Wissenschaftler auch die, also viele Stimmen oder kritische Stimmen auch mal gehört, beziehungsweise nicht gleich abgetan als Quatsch oder stimmt nicht, sondern die werden einfach auch gehört und an einen Tisch gesetzt. Und dann wird man wahrscheinlich da so einen Konsens bilden oder so und dann weitergehen. Und dann guckt man, ob das funktioniert. Und so wie das jetzt läuft, ist es ja, dass sie einfach ihr Ding durchziehen, hat man das Gefühl. Trotz der ganzen massiven Kritik machen sie einfach ihr Ding weiter. Ja, ich kann Ihnen sagen, was durch unsere Reform wirklich passieren würde. Wir als Weltrat würden ganz kostenlos, wir haben ja auch viele Ärzte bei uns dabei, Professoren der Medizin und so weiter. Wir hätten Trosten, Wieler und Lauterbach also informiert über ihre vorteilbringenden Irrtümer, nämlich das generell, dieses Überschätzen von den kleinen Dingern, von den winzigen Dingern, denn Viren sind ja eigentlich kein richtiges Leben. Sagen wir einfach mal winzige Dinger, Bakterien, Viren, Pilze, was es auch immer so gibt, dass sie Teil unseres Lebens sind, dass sie Teil unseres Körpers seit von Abermillionen von Jahren sind, seit Milliarden Jahren genau genommen. Und dass das keine Killer sind, sondern dass die Killer sind giftige Nahrung, giftiges Wasser und giftige Luft in unseren Wohnungen, die ganzen Wohngifte, alle künstlichen Geräte, sondern Gifte ab. Ich glaube sogar jeder Computer sondert Gifte ab, weswegen ich immer rund um die Uhr das Fenster offen habe, weil ich dann wenigstens nur noch die giftige Stadtluft habe und nicht die giftige Technikluft und so weiter. Oder wenn Sie ins Auto steigen, Sie haben laute Autogifte, Sie atmen ständig Gifte ein, nicht nur die Abgase des Vordermanns, Sie atmen auch die Gifte Ihres Autos ein, die das absondert, regelmäßig absondert und so weiter. Also Prof. Dr. Med. Reuter hat uns daran nochmal so richtig erinnert mit TH, der uns ganz klar gesagt hat, dass unser Gesundheitssystem Menschen tötet und immer mehr tötet, sodass jetzt auch anfängt, unsere Lebenserwartung rückläufig zu werden, wie es in den USA schon geschehen ist und auch in Japan geschehen ist und so weiter, dass unser Wirtschaftssystem uns immer früher jetzt wieder tötet, sozusagen. Das heißt also, es würde folgendermaßen ablaufen. Unsere Professoren würden eben der gesamten Ärzteschaft kostenlos sagen, was sind die zentralen vorteilbringenden Irrtümer Ihrer Zümpf, die Sie sofort aufgeben müssen, wenn Sie im neuen System, wo nur noch Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung belohnt wird, dann durch ein Gesundheitsförderungskursangebot weiterhin erfolgreich sein wollen und weiterhin gut verdienen wollen, dann müssen Sie sich total umstellen oder Sie gehen pleite, weil Sie dann zum Beispiel in Ihrer, wo wohnen Sie zufällig, in welcher Stadt? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Ja, in Schleswig-Holstein würde dann also sozusagen eine Rangliste aller schleswig-holsteinischen Ärzte und jetzt einer bestimmten Stadt, Kiel oder was auch immer zum Beispiel, da wohnt, glaube ich, Professor Bakhti und Dr. Köhnlein, da würde in Kiel eine Rangliste aller Ärzte existieren, die jeder Bürger ständig transparent vor Augen hätte, wenn er im Umkreis einen Hausarzt sucht und dann wird ihm da einer angeboten, der steht in der Rangliste auf der Position 3, der andere auf der Position 70 und der andere Position 200. Und was meinen Sie, wie viele noch zu dem auf der Ranglisten Position 200 gehen? Das ist nämlich der mit der schlechtesten Gesundheitsförderungswirkung nachgewiesenermaßen im Bereich Kiel. Zu dem wird niemand mehr gehen. Die werden alle weggehen von ihm, wollen von ihm. Und dadurch würden alle weggehen von Drosten, Wieler und Lauterbach, es sei denn, sie ändern ihre Denke und verlassen den vorteilbringenden Irrtum. Übrigens muss ich das noch einführen, wissenschaftlich können Sie das googeln unter parasitäre Meme. Parasitäre Meme, Killer-Viren des Geistes, ist so ein umgangssprachlicher Begriff, Viren des Geistes, Killer-Viren des Geistes oder vorteilbringende Irrtümer. Das ist so die deutsche Formulierung. Also solche Killer-Viren des Geistes, die ja jetzt im Moment die ganze Welt ruinieren, die müssen wir aussterben lassen durch positive Anreize. Und unser Gesundheitssystem, egal wie wir das technisch machen, wir haben fünf Varianten im Kopf, wie das dann gewünscht ist, führt dazu, dass es das Phänomen Drosten, Wieler und Lauterbach gar nicht gegeben hätte, sondern dass Bhakti, Wodak und Schiffmann eher sowieso mehr gehört worden wären, weil das sind ja die nachdenklichen Ärzte, die auch ihr eigenes System infrage stellen. Denn was macht Dr. Wodak als linker SPDler und was macht ein Professor Bhakti? Er stellt die Leichtfertigkeit seiner eigenen profitorientierten Zunft ja letztendlich infrage. Also wo Impfungen verkaufen, mal auf die Schnelle. Geht doch nicht, kann man doch nicht seriös machen, sagt Professor Bhakti ja und so weiter. Aber die Industrie braucht das Geld und will das Geld. Und wir als die linke, evolutionsbiologische, bodenständige, realistische, vernünftige, naturwissenschaftliche, echte Linke, gehen dann natürlich mit dem linken SPDler Dr. Wodak konform. Wenn wir Pharmaindustrie hören, müssen wir sofort denken, Vorsicht, das ist im Rahmen des jetzigen Wirtschaftssystems eine ganz gefährliche Industrie, der wir erst mal kein einziges Wort glauben dürfen. Weil die natürlich das redet, was Profit bringt. Und wir müssen brauchen eine Gesundheitsreform, in der die Pharmaindustrie nur dann Verdienstzuschüsse noch bekommt und ein Pharmakonzern nur dann überleben kann, wenn die Gesundheit der Bevölkerung und die Lebensqualität, die Gesundheit, das Wohlfühlen und die Langlebigkeit und das Wirtschaftswunder in Deutschland eher nach oben geht. Während bis jetzt ja die pharmazeutische Industrie darauf hinwirken muss, um zu überleben, dass es den Menschen eigentlich immer schlechter geht, sie immer tablettensüchtiger werden, immer kränker werden und immer kürzer leben und immer, dass die Wirtschaft immer mehr geschädigt wird, weil die Wirtschaft am Ende nur noch der Pharmaindustrie dient. Die Preise für, es gibt ja so Preise für neue Medikamente, die gehen so in die 300.000 für eine Dosis oder so ungefähr. Unglaublich. Ja, man hat ja, also früher habe ich immer gedacht, dass die, ich sage mal so, das Gesundheitssystem schon natürlich auch, wie der Name schon sagt, der Gesundheit dient. Aber es ist letztendlich ein totaler Trugschluss, denn man muss einfach, und das zieht sich auch einfach durch diesen Kongress durch, man muss einfach, auch um das selbst zu erkennen, das geht auch, finde ich, immer darum, das selbst zu erkennen, muss man einfach immer tiefer auch Einblick haben in diese, man muss sich sozusagen selber diesen Weg, also man muss wirklich sich diese Arbeit machen und tiefer reinblicken, was ist da los? Stimmt das eigentlich, was die sagen? Dient mir das eigentlich als Mensch, meinem Wohl, meiner Familie, meinem Umfeld? Oder, also sozusagen, man muss im Prinzip, ja, muss heutzutage wirklich alles in Frage stellen, oder? Allerdings, man muss total in Frage stellen, weil wir haben keine gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Das kann nur diese neue Volkspartei etablieren, ja, und auch nur, wenn sie klug genug ist, auf uns zu hören. Wir haben ja noch andere externe Berater vorgeschlagen, die Gemeinwohlökonomie hinzuzuziehen. Wir wollen ja eben keine Einseitigkeit. Wir haben eben vorgeschlagen, Economy for Mankind und Lösungen, Punkt jetzt, hinzuzuziehen. Wir haben vorgeschlagen, Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens hinzuzuziehen und vielleicht noch ein, zwei andere Experten, die die Parteien selbst vorschlagen, ja, und damit wir da sowas haben wie Drosten, Wieler, Lauterbach versus Bakhti, Bodak, Schiffmann, also sozusagen sechs verschiedene Seiten hören, ja, und dann, wenn die Partei dann klug ist und die Basis der jeweiligen Parteien klug ist und sich für unsere Reformen teilweise oder überwiegend entscheidet, dann kriegen wir einen neuen Kurs. Ansonsten ist es so, dass aus wirtschaftlichen Zwängen in einem nicht-geweinwohlorientierten Wirtschaftssystem zwangsläufig die Pharmaindustrie gegen die Gesundheit der Bevölkerung arbeiten muss, weil sie ja lebt von Tabletzen, süchtigen, tablettenabhängigen Menschen, die möglichst chronisch krank bleiben müssen, damit immer weiter verkauft werden kann. Ja, und das ist ohne böse Absicht, das heißt also, wir gehen davon aus, dass es überall natürlich Kriminelle, wir müssen ja immer die Brücke schließen, sozusagen, wo haben die Verschwörungstheoretiker recht und wo irren sie sich, sozusagen. Ja, und da gibt es immer sozusagen, gibt es immer das Dilemma dabei, dass sozusagen das Dilemma bei dem Ganzen ist immer das, dass die Verschwörungstheoretiker recht haben, wenn sie sagen, da gibt es schon auch böse Menschen, aber das ist so wie mit dem schwarzen Schafen. Wissen Sie, das gibt natürlich Ärzte, die machen Abrechnungsbetrug und nutzen die Schwächen eines dysfunktionalen Systems. Das sind die schwarzen Schafe, die auch wissen, dass sie Verbrecher sind, ja. Aber jetzt gehen die Verschwörungstheoretiker einen Tick zu weit. Sie sagen, alle, die da oben sind alle schwarze Schafe und sind alle Verbrecher. Dabei reicht es aus, dass ein Professor Drosten sich irrt und einfach die vorteilbringenden Irrtümer seines Studienganges in seinen Kopf hineingelassen hat und die dort als Killerviren des Geistes oder parasitäre Meme sich festgesetzt haben. Und er glaubt jetzt wirklich, jedes Virus sei ein Killer und sei die entscheidende Todesursache und vernachlässigt giftige Nahrung, giftiges Wasser, giftige Luft, unnatürliche Lebensbedingungen, Bewegungsmangel und all die anderen wirklichen Faktoren für Kranksein, die vernachlässigt er vollständig. Und da ist es letztendlich so, dass also ein großer Teil ist voll von vorteilbringenden Irrtümern, ist sich also nicht bewusst, dass er die Falschinformationen an die Gesellschaft gibt. Und nur ein Teil sind schwarze Schafe, die aktiv wissen, dass sie kriminell handeln. Und jetzt passen Sie auf, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es ist taktisch unklug, jetzt alle anzusprechen als Verbrecher, weil dann die, die fühlen sich vielleicht ertappt, die wirklich schwarze Schafe sind. Aber die anderen, die sich nur in einem vorteilbringenden Irrtum befinden, die empfinden ja sich keiner Schuld bewusst. Und die sagen dann, das sind Spinner, diese Verschwörungstheoretiker, denn ich habe doch keine bösen Absichten. Ich mache doch nur, was ich für richtig halte. Und deswegen ist es aus taktischen Gründen einfach klüger, zu allen Menschen zu sagen, ach ja, ich spreche Sie nur an, könnte es nicht sein, dass Sie sich irren, dass Sie einem Irrtum Ihrer Zunft, Ihrer Sparte aufgesessen sind. Letzter Satz, ja, letzter Satz. Und könnte es nicht sein, dass wir jetzt, denn wenn Sie die Leute nur auf Irrtümer ansprechen, dann kann sogar der schwarze Schaf mit Ihnen reden und der, der sich irrt kann, mit Ihnen reden. Ansonsten redet am Ende keiner mit Ihnen. Ja, also ich finde persönlich auch, das ist so ein Schlagwort, Verschwörungstheoretiker oder was es da auch immer gibt, und was einfach so, das ist so diese Keule, die Sie rausholen, um dann auch jemanden fertig zu machen. Und da spielen natürlich die Medien auch eine ganz, ganz große Rolle, also diese Mainstream-Medien, weil die natürlich auch diese ganzen Begrifflichkeiten nach außen bringen und immer wieder auch forcieren. Und damit verknüpft man natürlich dann auch immer, jeder für sich verknüpft damit was. Und mit Verschwörungstheoretiker ist natürlich was Negatives verknüpft. Und es ist einfach ein Begriff, finde ich, der, also ich benutze den gar nicht, der ist gar nicht in meinem Wortschatz im Prinzip, weil ich versuche immer, jeden Menschen zu hören und zu sehen. Weil jeder ist ja letztendlich ein Individuum, man hat sein eigenes Weltbild und seine eigene Meinung. Und ich finde, warum soll man sich nicht einfach alles anhören können? Also das ist so diese Begrifflichkeiten, die spalten unglaublich. Und ich finde das ja persönlich ein Graus, wie die, welche Macht auch diese Medien haben. Das ist ja jetzt nicht nur durch Corona, aber hat man auch schon früher. Immer wenn jemand irgendwie, ja ein Politiker oder jemand in der Öffentlichkeit irgendwas gemacht hat, dann wird er so dermaßen fertig gemacht und mit diesen Begrifflichkeiten in Verbindung gebracht. Und wie sehen Sie so diese Macht der Medien? Weil da, finde ich, muss auch irgendwas sich verändern. Ja, unsere Medienreform, wir haben zu allem Reformen. Also es gibt eigentlich nichts. Und wenn wir zu etwas, zu irgendeiner Sparte, wir nennen es ganz bewusst Sparten, ein bisschen ungewöhnlicher Begriff, damit wir das auch neu prägen können. Die Sparte der Medien, ja, sozusagen, wir haben für alle Sparten Reformen. Und wenn wir für eine noch keine Reformen haben, haben wir sie eine Woche später. Also das heißt, denn wir sind ja, wir verstehen uns ja nicht als, wir liefern nicht die Gesundheitsreformen, sondern fünf Varianten und können morgen die sechste entwickeln. Wir sind nämlich Wissenschaftshandwerker im Bereich … Das entwickelt sich ja auch, oder? Was? Das entwickelt sich ja auch. Natürlich, muss sich das auch entwickeln. Das sind auch evolutionäre Prozesse. Und deswegen, wir sind ja Wissenschaftshandwerker im Bereich Staatsmanagement und Reformdesign. Ja? Und Design, dazu gehört das Polieren und das Feinpolieren, Nachbessern und das Warten, ja? Eine Reform. Und das ist unsere Aufgabe. Man kann natürlich solche Schlagsätze sagen, wie der Arzt soll belohnt werden für bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Ja? Das ist ein Schlagwort. Aber wie wir das technisch machen, ist variabel. Da haben wir fünf Varianten im Kopf und können morgen die sechste entwickeln. So läuft das bei jeder Reform. Und beim Mediensystem ist es ganz einfach. Da betrachten wir als erstes, welche vorteilbringenden Irrtümer haben sich denn da ausgebreitet und warum? Erst mal ist es so, gucken Sie mal, die Journalisten waren seit Jahrhunderten abhängig von den Werbekunden. Und wenn Sie mal gucken, wer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Werbespots bezahlt. Das ist Pharmaindustrie, das ist Medizinindustrie, das ist chemische Industrie, was auch immer, Kosmetikindustrie oder was es da alles so gibt und Autoindustrie zum Beispiel, ja? Und daher bezieht ein Journalist einen Teil, einen großen Teil seines Gehaltes. Und dann läuft die Evolution so, dass vor Jahrhunderten schon ein Filter quasi da war, ein Selektionsfilter, ein Aussterbensfilter. Wer immer sich kritisch als Journalist in seinen Artikeln geäußert hat, in seinen Zeitungsartikeln am Anfang, kritisch geäußert hat über die Werbekunden, der war irgendwann längste Zeit Journalist gewesen. Dadurch hat sich in den Journalisten Ausbildungsschulen eine Mentalität entwickelt, die quasi von vornherein die gleichen geistigen Denken und Meme und Memplexe beinhaltete, wie die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie selber. Sodass wir in ZDF und in ARD notwendigerweise ausschließlich noch Journalisten haben, die sowieso der gleichen Meinung sind wie Pharma und Medizin und Impf- und Test- und Maskenindustrie. Und das ist doch klar, dass die dann quasi, ohne dass man sie dazu an ihnen das befehlen muss, ständig die gleiche Botschaft rüberbringen, wie die Pharma und die Impf- und die Test- und Medizinindustrie. Und dazu braucht es gar keine Verschwörung, sondern das ist in einem nicht gemeinwohlorientierten Wirtschaftssystem zwangsläufig so. Also zum Beispiel, wie muss dann die Reform aussehen? Wir müssen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender morgen werbefrei machen. Absolut werbefrei. Wir müssen vielleicht die ganzen Gebühren sollten wir wegstreichen und das Ganze staatsfinanzieren. Wir müssen aber die Rundfunkräte wegnehmen, also die politische Beeinflussung durch Parteien wegnehmen, sodass das kein Staatsfunk mehr ist. Und dann müssen wir eine Gleichheit herstellen. Es kommen neue Journalisten in ZDF und ARD rein, die dann aber 50 Prozent der Stimmmacht haben. Und die vertreten eher die, genau das, alle, man untersucht alle Werbekunden, die es gab für die öffentlich-rechtlichen Sender und genau die schärfsten Kritiker unter den Journalisten, zum Beispiel die Hersteller von, kennen Sie das, Profiteure der Angst von Arte? Ja, kennen Sie die Sendung? Und genau diese Journalisten werden dann Mitarbeiter in ZDF und ARD und kriegen 50 Prozent der Stimmkraft, sodass dann jede Sendung ausgewogen wird. Immer pro und kontra. Immer pro und kontra. Und dann werden noch solche Sendungen eingerichtet wie Demokratie pur, wo die Zuschauer quasi Leute mit neuen Reformideen hochwählen können im Rahmen einer Sendung, so am Anfang drei Minuten jeder drei, eine Minute, dann jeder drei Minuten, dann der Gewinner am Ende neun Minuten und so weiter. Also echte Demokratie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und so weiter. Das wäre die Reform der öffentlich-rechtlichen Medien und dann hätten wir plötzlich ausgewogene Medien. Das Problem ist ja auch ein riesengroßes Problem, dass gerade wenn man sich über gewisse Wahrheiten beschäftigt, die da sind, aber die einfach ständig unterdrückt werden. Es gibt ja, es gibt Technologien, die werden unterdrückt, es gibt Wissen, was unterdrückt wird, es gibt Menschen, die, ja, was wir jetzt auch erleben mit Wodag und so weiter oder Sotbuck, die einfach eine Meinung sich gemacht haben, die nach außen getragen haben und die werden einfach auf YouTube und ihre Seiten werden gelöscht. Also diese Zensur ist so stark und da sind ja anscheinend im Hintergrund so starke Kräfte, die das sozusagen ins Leben rufen und ja, es ist natürlich eine riesengroße Aufgabe, glaube ich, diese Kräfte dann auch, ja, auszulöschen im Prinzip, dass diese dunklen Kräfte, die da im Hintergrund, was auch immer das etwas ist, ich sage mal, ja, so reformiert werden können, dass wieder freie Meinung gesagt werden darf und dass auch wieder freie Journalisten da kommen können und so weiter. Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Der ist mir auch sehr wichtig, weil da ist einer der größten Irrtümer in der ganzen Wahrheitsszene drin, der Gedanke, dass wir wirklich starke Zensur hätten. Wir haben das selbst überprüft. Bei uns wurden vier Sendungen insgesamt gelöscht von 700, obwohl wir ständig diese Gesellschaft ja ununterbrochen als Naturwissenschaftler und evolutionsbiologische bodenständige Linke kritisieren aufs Schärfste. Warum wurden diese vier Sendungen gelöscht? Wir stellten fest, dass wir immer ein verbotenes Wort in der Sendung hatten. Das heißt, wenn man sich mal im Freundeskreis kann man das machen, dass man mal scharfe Worte benutzt. Aber ich mache mal jetzt so ein Beispiel. Nehmen wir mal an, jetzt würde jemand sagen, Sie würden jetzt sagen, irgendwie, Frau Merkel ist doch kriminell. Allein dieses Wort kriminell in Verbindung mit Frau Merkel ist eine verbotene Äußerung in Deutschland. Sie dürfen das nicht sagen. Sie dürfen jetzt zur Polizei gehen, Sie dürfen eine Strafanzeige stellen gegen Frau Merkel. Sie dürfen die Staatsanwaltschaft auffordern, das zu untersuchen. Aber Sie dürfen keine Vorverurteilung tätigen und Sie dürfen, wir haben ein Menschenrecht auf Unschutzvermutung in unserer Welt. Und wenn man ein so ein Reizwort sagt, gibt es immer einen, der alles kritisch beobachtet und Dr. Wodak hat viele Feinde. Die beobachten seine Homepage und wenn Sie ein problematisches Wort finden, wird das sofort gelöscht, weil die Betreiber nicht anders können. Denn jeder haftet, also auch unser Sender, seitdem wir dann diese Reizworte nie wieder gesagt haben, wurde nie wieder eine Sendung gelöscht. Also deswegen so mein Hinweis an alle, wenn Sie mit der Wortwahl streng im legalen Bereich bleiben, passiert gar nichts. Aber wer, also das, da kann ich nicht mitgehen, weil, wer entscheidet denn, welche Wortwahl richtig ist und falsch ist? Also das ist ja, das ist ja schon wieder dann, ich kann mir, ich kann ja dann nicht meine freie Meinung äußern, wenn ich sage, Angela Merkel ist kriminell. Nein, wir haben in Deutschland sowieso, erstens, das war ein Riesenmissverständnis, die Formulierung Recht auf freie Meinungsäußerung. Haben wir gar nicht, haben wir nie gehabt. Wir haben nur immer gehabt, ein Recht auf freie Argumenteäußerung und zwar Äußerung sachlicher, logischer, wissenschaftlicher Argumente. Alles, was wir so als Meinung betrachten, so, ach, ich finde den blöd, das wird so als Meinung heute verstanden. Das war aber nie gemeint mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Es war immer nur Recht auf freie Argumenteäußerung und Argument heißt, ich habe das Argument, dass Herr Drosten sich irrt, weil in seiner Ausbildung sich im Studiengang Medizin sich seit Jahrhunderten und Jahrtausenden vorteilbringende Irrtümer angehäuft haben müssen, weil jeder vorteilbringende Irrtum eben Profit für die Medizinbranche gebracht hat und deswegen sich Irrtümer akkumulieren mussten zwangsläufig und wir deswegen wissen, dass die Medizin eine Pseudowissenschaft sein muss, die voll sein muss von lauter Unwahrheiten, vorteilbringenden Irrtümern, die Geld bringen, wahres Geld bringen und dass deswegen man Herrn Drosten kein Wort glauben sollte, wenn er redet, weil er ein unkritischer Vertreter dieses Mainstreams der Medizin ist, die fast ausschließlich aus Unwahrheiten besteht. Und das wäre ein Argument. Verstehen Sie, das ist ein Argument, das dürfen Sie sagen. Ich verstehe das auch, aber trotzdem läuft da, also aus meiner Sicht läuft das so daneben, weil die, also es ist ja, es sind ja auch, ich sage mal, ganz normale Sätze, die man sagt schon, die ja auch schon zensiert und gelöscht werden. Das ist ja nicht nur, dass es irgendwelche... Das ist ein, das ist, da darf ich, das ist so wichtig, das Thema. Das ist meiner Erfahrung nach ein Irrtum. Zum Beispiel gerade zuletzt wurde ein Video, das das Zeug gehabt hätte, eine Million Klicks zu erreichen. Ein Interview von Epoch Times mit Dr. Rainer Füllmich vom Corona-Ausschuss und der Partei Die Basis. Das ist, diese eine Million Klicks wären sehr wichtig gewesen für dieses Video. Das wurde gelöscht und ich sage Ihnen, wie das abläuft. Das wird nicht von YouTube gelöscht. Das wird gelöscht, weil jemand, der diesen Dr. Füllmich hasst wie die Pest, sich dieses Video anschaut und guckt und guckt nach einem einzigen Wort und ich habe allein sieben Reizwörter gefunden, die man nicht sagen darf in Deutschland, die man am Stammtisch sagen darf, die man unter Freunden, auch unter Rechtsanwälten untereinander sagen darf, aber nicht vor einer Million Menschen, weil dann immer einer zuschaut, der Böses will und der die Sache beschädigen möchte, die Grundsache beschädigen möchte und der sich dann über ein Reizwort aufhängt, dieses Reizwort YouTube meldet und die können dann nicht anders als zu löschen, weil sie ja dann finden, das Reizwort ist tatsächlich enthalten und zum Beispiel, ich sage Ihnen mal so Dinge, wie er, so Hampelmänner, glaube ich, hat er gesagt, allein dieses Wort reicht schon zu einer Löschung oder so Worte wie dummes Zeug, hat er dreimal gesagt in der Sendung. Allein einmal dummes Zeug reicht, um zu löschen. Denn das hat ja beleidigende Aspekte. Und er darf nur sagen, Professor Drosten irrt sich und wir werden das Gericht bitten, zu prüfen, ob er auch in strafrechtlich relevanter Weise Kenntnis hatte von seinem Irrtum und trotzdem diesen Irrtum weitergerichtet hat. Dann würde er nämlich strafrechtlich verurteilt werden. Schadensersatzpflichtig kann er vielleicht schon wegen geringerer Dinge sein, nämlich dass seine Sorgfaltspflicht vielleicht nicht genügend nachgekommen ist. Aber was ist bitte schön eine Sorgfaltspflicht im Rahmen eines Gesundheitssystems, das sowieso nur aus Irrtümern besteht? Wo ist da die Sorgfaltspflicht? Wie wollen Sie das nachweisen? Das ist auch ein großes Thema, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Da muss man sich vielleicht nochmal drüber unterhalten. Das ist bei mir persönlich, so meinem Gefühl, ich kann nur so von meinem Gefühl sagen, ist das, finde ich, total daneben, wenn man das einfach löscht, nur weil er sagt, dummes Zeug oder so. Also das widerstrebt mir so als frei denkenden, frei redenden Menschen total. Ja, mir würde es auch widerstreben, sozusagen so unfair zu spielen, sozusagen. Aber Sie müssen bedenken, Dr. Füllmich und alle anderen, Dr. Wodak, Professor Bakhti, haben Leute, die würden die am liebsten umbringen. Und dass die sich natürlich auf ein falsches Wort und dadurch YouTube regelrecht zwingen dazu, löschen zu müssen. Denn YouTube macht das ja gar nicht so gerne. Sondern diese Leute zwingen ja quasi YouTube, denn YouTube wäre ja juristisch dran und könnte verurteilt werden, wenn sie einem solchen Aufforderung zu einer Löschung nicht nachkommen würden. Ja, das heißt, Sie müssen das so verstehen. Wir haben mittlerweile begriffen, wirklich, wir dürfen einfach nicht unseren Zorn über dieses Missstände, dürfen wir nicht freien Lauf lassen. Wir dürfen nur sagen, argumentativ, in der Evolution unseres Gesundheitswesens sind vorteilbringende Irrtümer der Normalfall und es ist aus evolutionsbiologischer Sicht als bewiesen zu betrachten, dass das Gesundheitswesen aus einer Masse von Unwahrheiten besteht, aus vorteilbringenden Irrtümern. Und Professor Bakhti, Wodak und Schiffmann sind Ausnahmeärzte, die nach und nach begriffen haben, dass ihr eigenes System hier sich wirklich voll im Bereich der Unwahrheiten bewegt und die deswegen, wir nennen das Ausnahmeärzte, Ausnahmefachleute. Wir haben bei uns zum Beispiel auch den Professor Harald Wallach oder den Dr. Med. Michael Spitzbart bei den Next Scientists for Future dabei, die alle zu diesen Ausnahmeärzten gehören. Dr. Med. Michael Spitzbart wird ja auch von Servus TV, wurde er bezeichnet als Präventivmediziner. Bei uns ist er eingetragen als Arzt für Gesundheit. Und das sind die Ausnahmefachleute. Und die Ausnahmefachleute sagen, unser System ist schlecht, unsere Ausbildung ist schlecht, wir lernen viele Unwahrheiten. In Wirklichkeit müssten wir über gesunde Ernährung lernen, lernen wir aber nichts. Denn die Menschen werden krank durch krankmachende Ernährung. Und wir müssen das Ernährungssystem reformieren, sodass nur noch gesunde Ernährung Geld bringt und so weiter. Ja, ich habe einen wichtigen Punkt, den mir auch einfällt gerade, wo ich so daran denke, diese freie Meinung auch zu äußern und aufpassen müssen, was ich sage. Wenn ich, ich sage mal, ja im Frieden bin mit mir, dann rede ich ja ganz anders oder rede ja über Dinge und Menschen auch ganz anders, als wenn ich in einer Wut, in einer Angst und so weiter bin. Verstehen Sie? Und da ist ja das Entscheidende letztendlich wahrscheinlich auch, den Menschen zu vermitteln, wie sie auch wieder so in diese innere Mitte kommen, dass sie sozusagen nicht immer aus Angst und Wut handeln und entscheiden und argumentieren, sondern, also nicht aus einer Emotion heraus, sondern dass man lernt auch, sozusagen damit umzugehen und dann für sich so diesen, aus einem inneren Frieden und einer Gelassenheit vielleicht dann, ja, weitermacht und argumentiert und entscheidet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Sie wirken ja so ruhig, dass Sie im Moment wohl auch gar nicht dazu neigen würden, jemanden zu beleidigen, ja? Aber manchmal regt man sich halt wirklich darüber auf und Dr. Schiffmann regt sich schrecklich auf und schießt dann übers Ziel hinaus, weil man dann so aufgeregt ist, weil man, aber wir sind übrigens schon abgestumpft, wir sind jetzt schon 52 Jahre, sehen wir, dass dieses System uns tötet und dass dieses System Leben ruiniert, Lebensfreude ruiniert und Glück. Aber nehmen wir als Beispiel gestern diesen Bundestagsskandal. Gerade habe ich einen Artikel zugemailt bekommen von einem unserer Mitglieder, der Next Scientists for Future, nämlich, dass Elia T., mit dem wir vielleicht auch demnächst eine Sendung hätten machen wollen, dass der jetzt mit anderen in den Bundestag da quasi indirekt eingedrungen sei und da den Altmaier etwas beschimpft hätten und so weiter und alles solche Sachen. Das kommt aus Emotionen heraus, ja? Und das wird jetzt natürlich als Vorwand genutzt, um diese Leute grundsätzlich als Rechtsradikale und rechte YouTuber und rechte Leute abzuurteilen und abzutun. Aber der Punkt ist, sie hätten auch vorsichtiger sein müssen. Sie hätten sich klar sein dürfen, wir dürfen dort nicht hingehen und dürfen weder Politiker beleidigen noch angreifen, noch irgendwie anders mit ihnen umgehen, weil das unser Grundgesetz nicht deckt, dass wir so unseren Emotionen frei Lauf lassen, weil wir eben kein Recht auf freie Meinungsäußerung haben, sondern nur ein Recht auf freie Argumenteäußerung. Das große Missverständnis unserer Kultur, ja? Gucken Sie im Internet an, die Kommentare bestehen fast immer nur, einer hat das letztens geschrieben, aus Pöbeleien, also Beleidigung, Diffamierung, Verunglümpfung, Geschäftsschädigung, Rufschädigung, Mordaufrufen, ja? Manche Kommentare beinhalten auch Mordaufrufe. Und dass die juristisch nicht gedeckt sind vom Grundgesetz, ist ja klar. Sie dürfen doch niemandem einen Mordaufruf entgestatten. Das heißt also, wenn wir alle dazu übergehen, dass wir ganz klar argumentieren und sagen, aus diesen und jenen Gründen, bitte argumentieren wir dafür, dass wir diese neue Volkspartei, wie die am Ende auch immer heißen möchte, von diesen Vieren, dass wir die wählen, diese Politiker abwählen, das System echt demokratisieren und dadurch dann die Probleme gelöst sind und dann brauchen wir uns natürlich auch nicht mehr aufzureben und dann aus Emotionen heraus plötzlich in der Wortwahl illegal zu werden. Und ich habe überall, wo gelöscht wurde, KenFM zum Beispiel allein diese Andeutung, drei Millionen Klicks, ja? Allein die Andeutung, Bill Gates hätte irgendwie einen kriminalen Plan im Hintergrund. So etwas darf nur ein Gericht feststellen. Das darf kein KenFM feststellen. Bill Gates hat ein Recht auf die Unschuldsvermutung und so weiter. Aber, wie gesagt, die Kritik der Verschwörungstheoretiker, die dazu neigen, also sozusagen nicht nur einzelne schwarze Schafe zu sehen, sondern überall schwarze Schafe zu sehen, das ist ja eigentlich der einzige Fehler, den die Verschwörungstheoretiker machen, dass sie aus schwarzen Schafen, die es immer irgendwo gibt, sagen, es sind alles schwarze Schafe. Die da oben sind alle schwarze Schafe. Das ist der einzige Fehler. Ansonsten sind sie in ihren Analysen oft sehr nah der Wahrheit, von wegen Wahrheitsfindung. Es geht ja um Wahrheitsfindung heute. Nur, dass wir eben sagen müssen, es ist unvorteilhaft, Leute, die sich zusammensetzen aus schwarzen Schafen und aus sich irrenden Menschen, alle zusammen als schwarze Schafe anzusprechen, es ist taktisch besser, alle als sich Irrende anzusprechen, weil dann alle ohne das Gesicht zu verlieren, vielleicht wieder rauskommen aus der Nummer. Sogar die Kriminellen darunter können dann ja sozusagen so eine Art Ausweg finden, weil sie merken, dass sie kurz vorm Ertapptwerden sind sozusagen. Und das ist taktisch einfach besser. Und so gehen wir halt vor, dass wir sagen, ja, es gibt die schwarzen Schafe, wir stimmen da allen Verschwörungstheoretikern zu, aber es gibt nicht nur diese schwarzen Schafe, sondern es gibt die sich Irrenden. Und wir müssen eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft etablieren, in der es einfach weder möglich ist, durch kriminelle Handlungen die Bevölkerung zu schädigen, noch durch Irrtümer die Bevölkerung zu schädigen. Also in der quasi, stellen Sie sich vor, ja, wenn Sie ein System haben, wo ein Konzern, stellen Sie sich einen Konzern vor, der irgendwelchen Müll verklappt, Giftmüll, ja, irgendwo in die Umwelt tut. Und dadurch werden ja irgendwelche Leute krank, ja, Grundwasser und was auch immer irgendwo, ja. Und diese geben dann schlechtere Wohlfühlstimmen zum Beispiel ab oder bereisen schlechtere Gesundheitsdaten auf, leben kürzer, sterben früher und so weiter. Und diese Daten werden jetzt dann diesem Konzern angerechnet. Und das heißt, er verliert Geld, der wollte doch Geld sparen, durch das Gift verklappen. Aber der rechnet dann vorher, in Zukunft wird er vorher ausrechnen. Aha, ich verliere ja am Ende mehr Geld durch die Vergiftung der Umwelt und der Anwohner, die dort wohnen in der Gegend. Verliere ich mehr Geld, als ich gewinne durch das, also entsorge ich den Giftmüll vorschriftsmäßig und sorge für eine chemische Entgiftung des Stoffes. Merken Sie, dass dann kriminelles Handeln gegen die Bevölkerung und kriminelles Handeln und irrtümliches Handeln gleichermaßen nicht mehr möglich sind. Ich glaube, wir wollen ja alle letztendlich hier noch ein bisschen leben auf diesem Planeten und auch zusammenleben und uns mal wieder in die Arme nehmen und auch mit den Tieren zusammen, harmonisch und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da ganz, genau, ganz, ganz neue und grundsätzliche Dinge einfach neu entwickeln, neue Systeme, dass, ja, genau das alles darauf aufgebaut ist, dem Gemeinwohl zu dienen und der Umwelt und den Tieren und nicht halt mit der Industrie, genau. Und das sind, das finde ich, gute Ansätze, weil dadurch, wenn man das grundsätzlich, das geht ja immer um das grundsätzliche System, das muss man ja verändern, weil daraus entsteht ja alles, wenn man das schafft, also das, da haben wir dann eine ganz gute Zukunft, glaube ich, vor uns. Ja, also deswegen, also ich kann Ihnen sagen, warum haben 56 Prozent der Wähler unsere, unseren wissenschaftlichen Reformansatz gewählt in einer simulierten Bundestagswahl und haben hinterher in begeisterten Worten geschrieben, dass sie das für die Lösung schlecht hinhalten, diesen Ansatz. und 44 Prozent übrigens waren total dagegen, also die Kommentare habe ich mal lesen dürfen, die waren eben so die übliche Hatespeech halt, aber 56 Prozent Begeisterte, ja, das, warum, weil sie genau erkannt haben, dass diese 23 Professoren in 52 Jahren ein Wunderwerk geschaffen haben. Sie haben übrigens eben ein Reizwort gesagt, das ich natürlich jetzt auch gleich nutzen kann, um auch wieder ein bisschen provokativ zu sein. Wir, unsere Reformen dienen natürlich den Wählern und wir sagen, wir müssen genau so viel Tierschutz, also ein Löwe praktiziert eine, ein, 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 ein Löwe und ein Gepard zum Beispiel praktiziert nicht Tierschutz um des Tierschutzwillens, sondern wir brauchen so viel Tierschutz, wie sinnvoll ist, damit die Leute, die meinen, sie müssten überhaupt noch Fleisch essen, was ich schon für einen Fehler halte. Also die Spitzenwissenschaftler sagen so, alle paar, alle paar Wochen mal ein kleines Stück Fisch, aber sonst vegan, ja, aber, also Fleisch steht dann ja gar nicht mehr auf dem Zettel, ja, aber die Leute, die meinen, sie müssten unbedingt um jeden Preis Fleisch essen, dass die dann wenigstens ein glücklich lebendes Tier zu essen bekommen, ein gesund lebendes Tier, ein gesundes Fleisch mit, in einem gesunden Zustand und irgendwie auf eine ganz sanfte Weise geschlachtet, in der da nicht Stresshormone ausgelöst werden und so weiter, Angsthormone ausgelöst werden und so weiter. Also sozusagen, wenn dann, ja, und die Frage ist für mich sowieso auch, zum Beispiel in Afrika, wenn man dann Fleisch isst, ja, warum, warum will man irgendwo überall solche Mastbetriebe, solche Massenbetriebe, warum geht man nicht dazu hin, Wildfleisch zu schießen, denn wenn, ist das ja wohl die natürlichste Form des Fleisches und Wildfleisch soll doch hervorragend schmecken, hat man mir jedenfalls gesagt, ja, also von daher, also sozusagen, Sie sehen es wieder, da ist wieder der kleine Unterschied, wir als bodenständige Linke sagen, wir wollen jetzt nicht aus der Umwelt, aus der Erde und aus der Natur und den Tieren einen Gott machen, vor dem wir uns verbeugen und vor dem wir uns verherrlichen. Wir sind eine Art, die wie jede Art so ein bisschen rücksichtslos gegenüber allem anderen ist, aber wir wollen uns doch nicht den Ast absägen, auf dem wir selbst selber sitzen, wir brauchen doch so viel Biodiversität und so viel Bienen und so viel Bestäuber und alles Mögliche, damit wir gut überleben können. Wir müssen doch eigentlich unsere Erde begehrt dann wie einen Garten Eden, gärtnerisch gestalten wie einen Garten Eden, einen Palmengarten, in dem die herrlichsten Früchte für uns Menschen wachsen, aber nicht für andere Tiere, sondern für uns Menschen. Also immer ein bisschen schon, der Mensch hat schon was, einen gesunden Anthropozentrismus, also eine Menschenzentriertheit und denn die Wähler wählen uns dann, also diese neue Volkspartei, der wir helfen, natürlich nicht, wenn wir alles Mögliche retten wollen, aber nicht den Wähler. Der Wähler möchte erstmal eine Partei wählen, die ihn selbst rettet. Und deswegen sagen wir so viel, so viel biologische Tierhaltung, wie nötig ist, um die, die unbedingt noch Fleisch essen wollen, um jeden Preis noch Fleisch essen wollen, dann wenigstens mit gesundem Fleisch zu versorgen. Aber nicht eine Religion, neue Religion aufmachen, wir müssen jetzt sozusagen die Erde um der Erde retten. Natürlich müssen wir uns darum kümmern, ob sich nicht beim Klima, was grundsätzlich es eventuell verschiebt und dagegen kann man gegensteuern und wir können das, wir können das. Wir haben die richtigen Reformkonzepte dafür, aber wir dürfen doch keine Religion daraus machen, dass wir jetzt unbedingt sagen, wir müssen die Erde in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, erhalten. Die Erde soll mal vielleicht mit der Schneeball Erde gewesen sein und soll aus einem Eisball bestanden haben und da hätte man ja auch sagen können, warum erhält man dann nicht diesen Zustand, in dem es quasi kein größeres Leben gab. Mit der Klimageschichte, da ist ja auch, ich sage mal, viel Lüge unterwegs und viel Unwahrheiten. Also da würde ich auch nochmal, da muss man auch nochmal tiefer hinschauen, weil da wurde uns auch bisher nicht die Wahrheit erzählt. Ich wollte nochmal ganz kurz, wir kamen eben nochmal so dieses Thema Pflichten, also so zum Beispiel Schulpflicht, Impfpflicht, was jetzt auch gerade total aktuell ist. Wie gehen wir da denn weiter? Ich bin ja für gar keine Pflichten mehr. Ja, natürlich nicht, denn eine Pflicht zur Körperverletzung. Wissen Sie, Medizin ist juristisch eine, sozusagen, eine Körperverletzung, würde ich mal so formulieren, als juristischer Nicht-Profi sozusagen, eine Körperverletzung unter dem Vorwande der Hilfeleistung. Ja? Das ist aber ein Vorwand. Und eine Körperverletzung, wo unser Grundgesetz uns körperliche Unversehrtheit zusichert, bedeutet doch, dass es niemals einen Impfzwang geben darf, jemals, weder beim Masern noch bei irgendetwas anderem, sondern dass hier auch die Eltern das alleinige Verfügungsrecht haben müssen, ob sie ein Kind impfen wollen, ob sie quasi die Hilfevorstellung einer Medizinindustrie, die voll ist von Vorteilbringenden Irrtümern aller Art, ob sie der folgen wollen oder nicht. Selbstverständlich muss man da sich an das Grundgesetz halten und wir erleben aber seit Jahrzehnten quasi so, dass wir gesagt, ich habe es Ihnen ja vorhin erklärt, unser Land wird ja von der Pharma- und Medizinindustrie regiert und nicht von jemanden sonst, weil sie nämlich die Informationshoheit haben. Die Kette läuft so, die Pharmaindustrie lebt in ihren Vorteilbringenden Irrtümern und glaubt sie großenteils, da sind auch ein paar schwarze Schafe drunter, die aktiv mal was Kriminelles tun und mal eine kriminelle Verschwörung machen. Das kommt sicherlich auch mal vor. Bei der Opioid-Krise in den USA mag es so gewesen sein, dass da auch kriminelle Absichten eine Rolle gespielt haben, wo 200.000 Menschen getötet wurden. Nein, aber die Information läuft so, in der Medizinindustrie befinden sich massenhaft vorteilbringende Irrtümer, zum Beispiel der übermäßige Glaube an Impfungen statt gesundem Leben. Außerdem gibt es noch ganz andere Thesen, zum Beispiel vielleicht ist es gar nicht sinnvoll, vielleicht hat die Natur das so eingerichtet, dass Kinder, die überhaupt kein starkes Immunsystem entwickeln, vielleicht dann auch wirklich sozusagen von der Evolution gar nicht gedacht sind für ein Weiterleben, denn ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass große Teile der befruchteten Eizellen sowieso sterben, weil die Natur prüft quasi, ist das überhaupt diese Kombination an Genen, dieses typische Genom jetzt, ist das überhaupt fürs Leben bestimmt oder nicht und das prüft es bis einige Jahre nach der Geburt, sodass wir dann auch sozusagen diese hysterische Idee, wir müssen schon Kinder im Mutterleib operieren, ist auch eine Idee, die einfach Geld bringt, ist aber eigentlich eine Wahnsinnsform und jetzt habe ich hoffentlich kein falsches Wort gesagt, aber es ist ein Irrtum, es ist ein vorteilbringender Irrtum und lassen Sie mich den Satz noch zu Ende sagen, Ihre Frage war ja sozusagen mit der Impfgeschichte, generell ist es so, dass der Staat für völlige körperliche Unversehrtheit stehen muss, auch bezüglich Impfungen, das ist selbstverständlich und unsere Reformen sehen ja immer so aus, dass in Zukunft alles belohnt wird, so, dass am Ende nur noch Wahrheiten übrig bleiben und die Irrtümer aussterben. Also wir drehen quasi die Evolution um. Wir haben jetzt seit 400.000 Jahren haben wir die Produktion von vorteilbringenden Irrtümern und die Versklavung der gesamten Menschheit durch vorteilbringende Irrtümer, die alle unser Lebensglück und unsere Gesundheit wegmanipuliert haben. Diese Irrtümer wirken nämlich manipulativ als Killerviren des Geistes, als parasitäre Meme in den Köpfen. Und Parasiten sind nun mal so, dass sie keine Rücksicht nehmen auf das Opfer, auf den Wirt, sondern ihn relativ stark plündern, soweit es geht, ohne ihn zu töten. Und genau in der Situation befinden wir uns, nur dass unsere Kriege dann sogar noch weitergehen und uns sogar direkt töten. Und das heißt, wir müssen überall die Rahmenbedingungen so gemeinwohlorientiert umdrehen, dass in jedem Teil der Gesellschaft, und vielleicht können Sie auch mal andere Teile der Gesellschaft noch ansprechen, dass es überall dann dazu kommt, dass die Unwahrheiten, die Irrtümer aussterben und in einer Welt der Wahrheit leben dürfen. In einer Welt der Wahrheit, wo es immer noch sozusagen Lebensherausforderungen geben wird, Herausforderungen geben wird, dass irgendwann dieser Planet kaputt geht, dieses Sonnensystem kaputt geht, wir irgendwann ein anderes Universum brauchen, vielleicht wechseln müssen in ein anderes Universum, wenn die Menschheit überleben sollte und so weiter. Wir haben Herausforderungen überall, aber im Moment steht an, erstmal die Erde sauber zu machen, die Umwelt zu entgiften, alles zu entgiften, gesunde Nahrung, gesundes Wasser, gesunde Luft, den Körper zu entgiften, Bewegung und musizieren, tanzen, singen und so weiter und das geht bei uns über die sogenannten Haushaltsgesundheitskommunen, sodass der Arzt ja in Zukunft nur noch Gutgeld verdient, wenn er ein kostenloses Feierabendangebot für alle Versicherten anbietet, wo die hingehen, um zu tanzen, zu singen und zu musizieren und über gesunde Ernährung alles zu lernen und alles über Gesundheit zu lernen und zu praktizieren und wo sie Spaß haben am Leben, wo sie Liebespartner finden, wo sie erwägen, in mehr Generationen Wohngemeinschaften zusammenzuziehen, wo das Sozialleben stattfindet, vielleicht wird die Ecke, die Kneipe am Eck auch Teil der Hausarztkommune und wird Teil dieses Soziallebens und ja und dann haben wir wieder glückliche Menschen, die umgeben sind von Wahrheiten. Ihr Kongress heißt ja wie genau? Wahrheitskongress. Genau und deswegen da müssen wir doch hin und genau das ist, was leider in der Welt professionell, also ehrenamtlich kostenlos, aber doch professionell von der Grundhaltung her ausschließlich die Next Scientists for Future und der Weltrat der Weisen in der Welt machen. Nämlich das systematisch jetzt diesen neuen Parteien anzubieten und wie gesagt eine Partei beraten wir schon und dann wird diese wohl auch der Sieger sein, denn sie können Promis alleine schießen keine Tore, sie brauchen Promis und Reformen und zwar nicht irgendwelche Reformen, sondern die besten Reformen, die die 56 Prozent der Wähler überzeugen und alles andere hat eh keine Chance. Meine Frage war, also es geht mir persönlich so auch als Vater um die Bildung beziehungsweise Schulpflicht, also ich bin mittlerweile da so weit, dass wir auch diese Schulpflicht abschaffen müssen und auch da das in die Hände der Eltern beziehungsweise ein freieres System irgendwie etablieren, wo das einfach, also diese ganzen Pflichten, die eng einfach so stark ein und auch das Lernen der Kinder, das erlebe ich auch total und da müssen wir auch von weg. Ja, da stimme ich Ihnen auch zu, im jetzigen System. Wenn ich jetzt wüsste, dass dieses jetzige kranke System so bleibt, wie es ist und unser krankes Bildungssystem so krank bleibt, wie es ist, dann würde ich auch sagen, wir müssen unbedingt die Schulpflicht abschaffen, weil das nämlich eine Zwangsbehandlung mit einem dysfunktionalen Schulsystem ist, die auch unsere Freiheitsrechte einschränkt. Aber zum Glück weiß ich ja, dass wir eine Bildungsreform haben, die also die Schule wieder völlig verändern würde und ein regelrecht paradiesisches Schulsystem bedeuten würde und da wäre es mir dann egal, weil dann die Kinder sowieso mit dem besten Bildungssystem aller Zeiten konfrontiert werden, wo nämlich der Lehrer nur noch dann belohnt wird, wenn er die Kreativität, die Innovativität, wo er quasi den Kindern folgt, was die gerade lernen wollen und was die suchen und das sozusagen mit der Realität so ein bisschen in Einklang bringt, aber ganz behutsam und so weiter und wo am Ende sozusagen geguckt wird, wo der Lehrer am Ende letztendlich belohnt wird. Wir haben natürlich bei der Bildungsreform ein großes Problem. Wir können die Kinder ja nicht nach zwei Jahren Schule mal experimentell ins Berufsleben schicken, um dann zu gucken, ob sie da innovativ sind, kreativ, sozial, ob sie teamfähig sind, ob sie wirklich hochentwickelte Menschen sind in allen sozialen Qualitäten. Das können wir ja leider schlecht nachprüfen. Dafür müssten wir nämlich die Kinderarbeit wieder einführen. Können wir also nicht. Also müssen wir mit hochkomplizierten Berechnungsmechanismen so hingehen, dass wir jede Kindertagesstätten, Mitarbeiterin und jeden Lehrer am Ende fair danach beurteilen, ob er die Kreativität, die Innovativität, die sozialen Fähigkeiten, die Teamfähigkeiten, die Führungsfähigkeiten und, und, und der Kinder maximal gefördert hat, also auch alle menschlichen Qualitäten sich hat entwickeln lassen und ob er vor allem auch die natürliche Neugier der Kinder nicht eingedämmt hat, sondern der gefolgt ist und die Kinder die Wahrheiten hat auch suchen lassen und ihnen dabei Hilfestellung geleistet hat und so weiter. Das ist ja ein ganz individueller Weg, das Lernen, das Entdecken und so weiter und das, das finde ich, ja, das muss unbedingt da sein dürfen, dieser individuelle Lernprozess bei jedem einzelnen Kind, weil jeder ja auch unterschiedlich von, von der Geschwindigkeit ist, wenn was gelernt werden muss oder will, was gerade so dran ist, ja. Ja, und auch wenn wir uns die jetzige Lehrerzahl vorstellen, wenn die neue Anreize hätten, was meinen Sie, wie die bemüht wären, dass vielleicht eine Gruppe Kinder sich für das Thema gerade interessiert und wie er ihnen zeigt, wo sie sich da einlesen können, wo sie im Internet danach googeln können, gezielt oder so und dann geht er an den nächsten Tisch und diese Kinder wollen was ganz anderes und verfolgen einen anderen Weg nach Rom, denn viele Wege führen nach Rom und das interessiert sie total, was mit der und der Sache ist und da wollen sie alles drüber wissen und dann zeigt er ihnen, wie sie da Zugang kriegen können oder er geht mit dieser Gruppe in die Bibliothek der Schule und sucht die entsprechenden Bücher raus und und mit ihnen gemeinsam und so weiter und so können die Kinder dann von ihrer Neugier zum nächsten Neugierpunkt die Welt erforschen und entdecken und so weiter. Das wissen wir alles seit Jahrzehnten, aber unser jetziges Bildungssystem ist halt nun mal das genaue Gegenteil und deswegen brauchen wir unsere Bildungsreform, wo der Lehrer sozusagen, wir gehen davon aus, dass solche voll Menschen, junge Menschen, die zur vollen menschlichen Reife geworden sind, ja, also menschliche Qualitäten, soziale Qualitäten, ihrer Neugier folgen durften, unheimlich kreativ, ideenreich und innovativ sind, dass die Wirtschaft diese Leute mit Kusshand abnimmt, denn sie braucht sie als Produkteentwickler und als Innovatoren für neue Lösungen, ja, und denen wird sie ein gutes Anfangsgehalt zahlen und dann wird dieses Anfangsgehalt und die späteren Gehälter werden rückgekoppelt und werden zu einer vorgezogenen Mütterrente an die Mütter ausgeschüttet, damit die endlich mal geschützt sind, damit die Mütter eben nicht mehr wie bis jetzt die Stiefkinder der Nation sind, sondern die kriegen eine vorgezogene Mütterrente und die Lehrer kriegen eben entsprechende Verdienstzuschüsse und Ranglistenpositionen entsprechend dem, was die faktoren analytischen Analysen der Statistiker ergeben haben, welcher Lehrer hatte eine bremsende Wirkung und welcher hatte eine fördernde Wirkung, welche Kita-Mitarbeiterin hatte schon im Kleinkinderbereich eine fördernde Wirkung und eine entwicklungsfördernde Wirkung und wer hatte eher eine entwicklungshemmende Wirkung. Ja, also verstehen Sie, ganz neu, wir müssen Deutschland ganz neu denken, ganz neu denken, Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Mir fehlt nur gerade Gerald Hüther ein, der ein ganz tolles Buch hat. Das heißt, jedes Kind ist hochbegabt. Und ich empfinde das auch so, jedes Kind ist wirklich hochbegabtes Potenzial, wenn man es nur lässt, wenn man es wirklich lässt und sich natürlich auch entfalten lässt und einen gewissen Rahmen bietet und so weiter. Da sage ich direkt was dazu. Gerald Hüther hat einige Sätze gesagt, die könnten auch von uns sein. Aber leider sagt er auch vieles, das nicht von uns sein könnte. Wir sind nun mal knallharte, knochentrockene Naturwissenschaftler, bodenständige, evolutionsbiologische Linke, die also ganz menschlich denken, ganz sozial, aber auch die Realität nicht vernachlässigen. Und da muss ich dazu sagen, natürlich, wenn wir die Kinder in dieser neuen Schule entwickeln, dann werden vielleicht wirklich jedes Kind wird irgendwo etwas dann haben, was es kann. Und das dann auch, jedes Kind wird vielleicht dann auch wirklich auch einen guten beruflichen Erfolg haben, weil es einfach seiner Neugier folgen durfte, seiner Natur folgen durfte, seinem eigenen Genbestand den ausleben durfte. Denn jedes Kind ist von der Neugier minimal anders als das andere und so weiter. Insofern stimmt das. Aber natürlich ist nicht jedes Kind ein Genie. Nein. Sondern das ist evolutionsbiologisch, muss ich nur ganz klar, weil das einer der größten Vorteilbringenden Irrtümer der sogenannten Sozialsparten sind. Übrigens, das muss ich kurz erwähnen, die Medizinsparte ist einer der gefährlichsten Sparten. Natürlich ist die Rüstungsindustriesparte auch einer der gefährlichsten Sparten für die Menschheit. Aber die Sozialsparte ist fast genauso gefährlich oder ist fast genau, denn die bringt solche lauter Vorteil bringende Irrtümer, die die Menschen in Not festhalten. Nur ein Satz noch dazu. Einer der zentralen Irrtüme der Sozialsparten ist, dass hier alles, dass zwar Menschen 2,35 Meter groß werden können als Erwachsene und andere genetisch 1,30 Meter groß werden können, aber dass alle das gleiche Gehirn hätten und alle gleich intelligent und alle gleich genial seien, das ist leider ein Irrtum. Das stimmt einfach nicht. Das ist ja auch letztendlich auch wieder eine Pauschalisierung, das kann man natürlich auch nicht so, das ist ja auch nur so ein Satz von mir, im Prinzip ist es so, aber es ist natürlich auch wieder ganz individuell, das ist ja nicht bei jedem Kind so, ist ja klar. Aber ich finde, wir müssen uns einfach, wie Sie es schon richtig sagen, Deutschland muss neu denken und wir müssen einfach uns an einen Tisch setzen und uns unterhalten und uns einfach, ja, miteinander verständigen und so weiter. Machen wir das doch gerade. Sagen Sie mal, wo haben Sie noch manchmal Probleme in Deutschland gesehen? Dann sage ich Ihnen unsere Reform. Jetzt auf die Schnelle habe ich überall Probleme. Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel, sehen Sie in Innere Sicherheit ein Problem oder sehen Sie in welchen Teilen, zum Beispiel, wenn Sie an Ihre anderen Kongressteilnehmer jetzt denken? Wo sehen die noch Probleme an Unwahrheiten und Fehlentwicklungen der Gesellschaft? Ein großes Problem ist ja das Geldsystem, oder diese Geldordnung, die jetzt da ist. Was raten Sie da? Was ist da so die Reform? Ja, also erst einmal, da muss ich auch wieder die Hoffnungen ein bisschen trüben. Dieses Konzept von Silvio Gesell oder neue Geldformen, Gradido und andere neue Währungssysteme haben alle einen Aspekt darin, der dabei nicht gesehen wird. Zum Beispiel, wenn man damals in Whirl, glaube ich, war das, das gesellschaftliche System hätte laufen lassen, hätte das bedeutet, dass es im Prinzip auf Steuerhinterziehung hinausgelaufen wäre. Denn wenn Sie ein neues Geld, zum Beispiel, diesen in Schiemgauer einführen, dann ist es ja eine neue Wirtschaft, die am Finanzamt vorbeigeht. Und das kann natürlich ein Staat auf Dauer nicht dulden, wenn das größer wird. Und dann diese Idee von Zins und Zinseszins ist eine Idee, die sehr viel umverteilenden Aspekt hat, aber das nicht offen benennt. Man sollte dann schon offen sagen, bei Gradido zum Beispiel verfällt das Geld. Das heißt, wenn Sie ein Vermögen von 200.000 Euro auf dem Konto hätten, hätten Sie nach einem Jahr nur noch 100.000. Sie wären also um 100.000 Euro enteignet worden oder es wäre umverteilt worden an andere. Und ob Sie das dann so immer wollen als Sparer, das ist so eine Sache. Wir brauchen ein neues Bewusstsein. Wir brauchen grundsätzlich, glaube ich, ein neues Bewusstsein und da müssen wir auch, glaube ich, ganz neu lernen. Aber lassen Sie mich noch den Punkt sagen, woher kommt das? Wir untersuchen und stellen fest, dass die Fehlentwicklung schon vor 400.000 Jahren begann. Also die Menschheit ist seit 400.000 Jahren auf dem Fehlgleis. Gehen wir hin und analysieren eine Löwengruppe oder eine Bonobo-Gruppe oder eine Schimpansengruppe oder eine Gorilla-Gruppe, dann stellen wir fest, die sind auf dem Gleis. Bei denen läuft die Evolution so, wie sie immer läuft. Aber vor 400.000 Jahren haben wir dieses Gleis verlassen. Wir haben Tauschhandel erfunden und Markt. Und diese beiden Empfindungen haben uns das Knick gebrochen, weil wir hätten damals schon verstehen sollen, aber unser Gehirn, wir waren nicht klug genug und sind es heute immer noch nicht, zu verstehen, dass schon der Tauschhandel in sich quasi das Interesse oder das Hochkommen von Vorteilbringenden Irrtümern in sich birgt. Denn der Händler, der Ihnen jetzt erzählt, ich mache nur ein Beispiel, Zucker ist gesund. Jetzt tun die Hersteller Zucker und Süßstoffe, die noch billiger sind, tun die in jedes Produkt rein. Dann schmeckt alles nach einer süßen, reifen Frucht, ist aber keine süße, reifen Frucht. Eine süße, reife Frucht ist aber teuer zu liefern, aber Zuckerprodukte sind ganz leicht anzuliefern. Sie schütten überall Zucker und Süßstoff rein und alles schmeckt süß. Und wenn Sie jetzt wirklich den Irrtum glauben, Zucker ist gesund, dann machen Sie einfach die größten Profite. Also steckt in Markt und Tauschhandel schon das Übel. Und Geld wurde erst vor ca. 40.000 Jahren erfunden, frühestens, also 360.000 Jahre später. Also das heißt, wir müssen als erstes erst mal die Übel der ersten 360.000 Jahre beseitigen, bevor wir dann das gesamte Finanzwesen dann auch noch mal korrigieren. Aber warum soll ich mit dem, was unwichtiger ist, zuerst anfangen, als mit dem, was zentral wichtig ist, nämlich, dass erst mal jeder Lebensmittelhändler belohnt wird, wenn die Kunden nie mehr krank werden, wenn die gesünder werden und seltener krank werden, länger leben. Denn die Leute, die im Supermarkt im Moment massenhafte Zuckerwaren kaufen, die leben ja nicht lange. Die sterben ja relativ früh an Diabetes und Übergewicht und an Fettleber und allem Möglichen. Also das heißt, wir können ja erst einmal dafür sorgen, dass die Essentials, die wirklich wichtigen Sachen, gesunde Ernährung, Belohnung für Gesundheitsförderung, überall, dass wir das Gute belohnen. Und was dann noch an Resten in der verrückten Finanzwirtschaft übrig bleibt, das korrigieren wir dann auch noch. Aber da bleibt dann vielleicht gar nicht mehr viel übrig. Das ist so ähnlich wie mit dem Lobbyismus. Zum Beispiel, wenn Sie der Wirtschaft nur noch Geld geben für bewiesene Gesundheitsförderung, Lebensqualitätsförderung, Langlebigkeitsförderung und volkswirtschaftliche Wirtschaftswunderförderung, dann wird ja jedes Unternehmen zum Diener aller Menschen. Wird ja zu Ihrem Diener. Jeder Betrieb, jedes Unternehmen. Und dann wird das auch keine Lobbyisten mehr entsenden, weil das rechtet sich nicht. Warum soll ich ein Gesetz wirken, das meiner Konzern nutzt, den Bürgern aber schadet, denn die Bürger sind ja meine Kunden. Da habe ich dann schlechtere Daten, verliere Geld. Also dann gewinne ich durch die Lobbyisten gerade so viel Geld, wie ich verliere, auf der anderen Seite. Also ist das Quatsch, also bezahle ich die Lobbyisten nicht mehr. Und schon verschwindet der Lobbyismus. Und genau so müssen Sie sich das auch vorstellen. Wir wissen noch gar nicht, was von diesem Finanzsystem alles verschwinden wird, wenn es nicht mehr möglich sein wird, Profite auf Kosten der Menschen zu machen. Denken Sie an den, letzter Gedanke jetzt dazu, denken Sie an den Bankberater, der Ihnen für Ihr Geld, für Ihre Alterssicherung irgendwelche schlimmen Wertpapiere antritt, die dann kaputt gehen. Wo die Leute, die alten Leute, die ihr gesamtes Vermögen verlieren, aber der Bankberater kriegt einen fürstlichen Bonus für das Geschäft. Das wird der nie wieder tun, weil das Wohlfühlen dieser alten Menschen und die Gesundheit, vielleicht begehen die sogar Selbstmord, der kriegt so schlechte Daten, dass sich kein Bonus der Welt jemals rechnen würde, weil der wäre weg vom Fenster. Weil die ganze Bank würde so bestraft werden, finanziell, durch Wegfallen von Verdienstzuschüssen, dass die ganze Bank pleite gehen würde wegen solcher Berater. Also würden Sie nie wieder einen Bonus für eine Falschberatung aussetzen. Verstehen Sie das Prinzip? Wir wollen das an die Wurzel ran. Ja, da muss man auch ran, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja, Herr Dillen, wir sind leider schon am Ende. Wenn jetzt jemand das sehr gut findet, was Sie sagen, was Sie machen, wie kann denn jetzt jeder so in die auch was aktiv tun, unterstützen, handeln? Was ist so Ihre Empfehlung da? Oder wo kann man sich informieren? Homepage, Sie sehen es hier vor sich, NextScientists4Future, da müssen Sie nur forschreiben.de NextScientists4, also, oder Sie schreiben es ganz kurz und schreiben NextS4F.de, dann sind Sie auf der Homepage und oben finden Sie nach fünf Zentimetern einen Link, der heißt Live-Ticker und da findet alles statt mit den neuen vier Parteien, alles, was wichtig ist und da können Sie sich durchklicken, da können Sie so viel Sendung hören, meinen Auftritt vor dem Corona-Ausschuss, bei Kai Stuth, Creative Caravan, Sie können alles dort anklicken und vor allem rufen Sie bei uns an, Sie kriegen schleunigst einen Rückruf, wenn Sie nicht direkt durchkommen, weil wir gerade mal wieder im Gespräch sind und tun Sie was und mein Tipp, vergessen Sie die Idee der Demonstrationen, im Moment kriegen wir da nur noch schlechte Presse, so wie gestern das bei dem Bundestag, das bringt alles nur noch Presse, die ganze Sache wird in die rechte Ecke gerückt und irgendwann dürfen wir als evolutionsbiologische Linke dann auch nicht mehr daran teilnehmen, weil dann unser Ruf ruiniert werden könnte, also das heißt, tun Sie was, unterstützen Sie, dass wir eine neue große Volkspartei kriegen, dann verschwindet die FDP aus dem Bundestag mit 4,8 Prozent, die Linken verschwinden aus dem Bundestag mit 4,8 Prozent, die SPD verschwindet mit 4,9 Prozent aus dem Bundestag, haben wir alles schon durchgerechnet, wenn wir 28 Prozent kriegen, sind die alle weg und wahrscheinlich auch ist dann die AfD unter 5 Prozent, ist auch weg, es bleiben übrig CDU, Grüne und die neue Volkspartei und mit denen machen wir dann in Koalitionen eine neue, gute Regierung, wo wir den Kanzler stellen, also die von uns unterstützte Partei den Kanzler stellt und dann machen wir genau diese menschliche Politik, dass einfach nur, dass alle Menschen glücklicher werden, alle Menschen gesünder werden, alle Menschen länger leben und wir trotzdem noch ein Wirtschaftswunder dabei haben und wir die Erde pfleglich behandeln, alles pfleglich behandeln und mit unserem Reichtum, nämlich dieser Erde, mit diesem Planeten sorgfältig umgehen und mit diesem Universum sorgfältig umgehen und irgendwann hoffentlich es schaffen, in ein anderes Universum überzuwechseln, falls es wirklich Multiversen gibt und dieser Grundsatz, überall Gutes zu tun und nicht Pseudo-Gutes, gucken Sie, nur letzter Gedanke, weil wir ja schon am Ende sind, ist es denn soziale Politik, drei Millionen Massen Arbeitslose zu haben? Ist es denn soziale Politik, Massen von Obdachlosen zuzulassen? Ist es denn soziale Politik, Massen von Menschen in Kriminalität zu verwahrlosen zu lassen? Das wollen wir alles ändern. Wir wollen null Arbeitslose, null Obdachlose, nahe null Kriminalität, nahe null Krankheit, nahe null Übergewicht, nahe null Sucht und das ist alles möglich, wenn Sie das Gute belohnen und nicht wie bisher Profite aussetzen als Belohnungen für Schlechtes tun. Das sind gute Ansätze, also hört sich sehr interessant an, da müssen wir uns auf jeden Fall mal mit beschäftigen, würde ich sagen. Ich danke Ihnen für heute, Dylan, das war sehr interessant, sehr informativ, sind bestimmt viele Dinge dabei, die man halt ja wirklich neu denken muss, das ist aber total interessant, finde ich und es ist glaube ich wichtig, dass wir uns das alles mal angucken und uns damit beschäftigen. Ja, vielen Dank. Vergessen Sie nicht abschließend die neue Weltrettungsformel, ganz vorteilbringende Irrtümer, also parasitäre Meme, Killerviren des Geistes und kriminelle Absichten zugleich aussterben lassen durch positive Anreize. die Wunderformel. Gutes Schlusswort, vielen, vielen Dank, Dylan, dass Sie da waren. Haben Sie noch einen schönen Tag? Viel Erfolg mit dem Kongress und